Ja, liebe Leute, ich freue mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Syntax 3, sozusagen der Höhepunkt in dieser syntaktischen Klimax, nämlich das Thema des komplexen Satzes und der Bestimmung von Nebensätzen. Wir haben uns, die Älteren werden sich erinnern, das hier angeschaut, nämlich den Valenzrahmen von Verben und der Frage, wie davon Satzglieder abhängen. Und als eines dieser Satzglieder haben wir hier erkannt, weil es so ungeduldig ist. Und das haben wir als Kausaladverbiale bestimmt. Also Satzglieder, ganz normal mit bestimmten Funktionen und Formen, die hier auftauchen oder das hier auftaucht, als ein Nebensatz. Und ich hatte vorhin gesagt, die Komplexität dessen spielt es für uns erstmal noch nicht so eine große Rolle. Jetzt ist der Punkt, wo es für uns eine Rolle spielt, wo wir uns also diese Tiefenstruktur des Satzes genauer angucken. Also Thema Bestimmung von Nebensätzen. Nebensätzen werden nach mehreren Kriterien bestimmt. Das erste ist die Form. Also wie ist der Satz aufgebaut, vor allem wie ist er eingeleitet. Und das kann man sozusagen nach einem Algorithmus machen, der hier nicht unbedingt der Reihenfolge der Auflistung entspricht. Sondern die erste Frage, die man sich stellen sollte bei der Formbestimmung, ist die, gibt es in diesem Nebensatz einen Infinitiv oder ein Partizip als alleinige Verb. Auf Beispiele werde ich jetzt verzichten, die sind auch dem Begleitmaterial zu entnehmen. Sondern mir ist es wichtig, dass wir uns die Routine angucken. Und die beginnt eben mit der Frage, gibt es ein Infinitiv oder ein Partizip als alleiniges Verb in diesem Nebensatz. Wenn das der Fall ist, haben wir entweder eine satzwertige Infinitivphrase oder eine satzwertige Partizipphrase. Den Infinitiv, den kennen wir als markiert mit dem Infinitivpartikel zu. Und das Partizip als Partizip 1 oder Partizip 2, also gehend oder gegangen, das wären die beiden Partizipien vom Verb gehen. Das sind eigentlich deverbale Adjektive. Wenn wir sowas alleine haben, dann haben wir eine satzwertige Partizipphrase. Wenn wir das nicht haben, und das wird in den überwiegenden Fällen so sein, dann müssen wir uns als nächstes fragen, ja, ist denn der Nebensatz eingeleitet? Wenn er nicht eingeleitet ist, dann schauen wir eigentlich nur noch danach, wo steht denn das finite Verb. Steht das Verb an erster Stelle, dann haben wir einen nicht eingeleiteten Verb-Erstsatz. Und steht das Verb an zweiter Stelle, dann haben wir einen nicht eingeleiteten Verb-Zweitsatz. Wenn nun aber, und das ist der häufigste Fall, dieser Nebensatz eingeleitet ist, und eben kein Partizip und kein Infinitiv als alleinige Verbform besitzt, dann haben wir es zu tun, entweder als Einleiterwort mit einer Subjunktion. Ja, was das ist, haben wir bei den Wortarten schon kennengelernt. Und wenn der Satz also mit einer Subjunktion eingeleitet ist, haben wir einen subjunktionalen Nebensatz. Wenn der Satz mit einem Pronomen, also einem Relativpronomen, um es genau zu sagen, eingeleitet ist, dann haben wir einen pronominalen Nebensatz. Also, ja, das oder was oder welches. Nach der Bestimmung der Form können wir übergehen zur Bestimmung der syntaktischen Funktion dieses Nebensatzes. Das ist also die einfache Frage, welchen Satzgliedwert oder welchen Satzgliedteilwert bei Attributen hat dieses Satzglied. Im Prinzip ist das nichts anderes als das, was wir bei der Satzgliedbestimmung schon kennengelernt haben, nämlich die Bestimmung nach Subjekt, Objekt, Prädikativum, Adverbial oder eben dem Attribut, also dem Attribut als einem Satzgliedteil, das wir beim Satzglied ganz normal dazurechnen, das aber im Attributnebensatz in einem Nebensatz ausgelagert ist. Und diesen Nebensatz müssen wir natürlich auch bestimmen. Hier haben wir es also zu tun mit Satzgliedern, die in Nebensätze ausgelagert sind. Nebensätze sind immer Satzglieder und wir müssen bestimmen, welche syntaktische Funktionen sie als Satzglieder haben, genauso wie wir das auch bei Satzgliedern selbst tun müssen. Zu guter Letzt müssen wir uns noch die Frage nach der Semantik stellen. Nicht zu guter Letzt, ein, was kommt noch, aber zu guter Letzt bei dieser elementaren Klassifikation. Das Schöne ist, dass wir die Semantik eigentlich schon ableiten können aus der Syntax. Wir können also sagen, alle Attributsätze sind Relativsätze. Wir stellen also eine Relation her, deshalb Relativsätze, ob die restriktiv sind oder nicht restriktiv, spielt für unsere Bestimmung keine Rolle, weil wir das in vielen Fällen auch nicht näher sagen können. Dann alle Nebensätze, die Satzglieder sind, die von der Valenz des Verbes angefordert werden. Das sind sogenannte Inhaltssätze. Also Subjektsätze, Objektsätze, Prädikativsätze, das sind allesamt Inhaltssätze. Und zu guter Letzt haben wir noch die Adverbialnebensätze übrig. Und die Adverbialnebensätze sind immer sogenannte Verhältnissätze. Bei den Verhältnissätzen müssen wir uns noch anschauen, welche Lesart, also welche Semantik haben die konkret. Und ich habe das hier schon mal aufgelistet, aber wir schauen uns das jetzt noch mal gleich im Einzelnen an. Vorher noch das vierte Klassifikationskriterium, nämlich der Einbettungsgrad, also der Grad der Abhängigkeit zum Hauptsatz. Wenn ein Nebensatz direkt vom Hauptsatz abhängig ist, also direkt in Relation zum Hauptsatz steht, ist es ein Nebensatz ersten Grades. Wenn in einem Nebensatz ersten Grad es einen Nebensatz gibt, der sich auf diesen Nebensatz bezieht, ist er in Relation zum Hauptsatz ein Nebensatz zweiten Grades. Und so können wir das dann hochführen bis zum Nebensatz 57. Grades. Da alles ist denkbar. Und in den meisten Fällen haben wir es tatsächlich auch mit relativ komplexen Sätzen zu tun. Nun aber zur Frage von Verhältnissätzen, wie wir deren Semantik genauer bestimmen können. Die Semantik ergibt sich, und das ist hier auf dieser Folie ein bisschen verführerisch formuliert, eigentlich nicht aus der Frage der Subjunktion, mit der dieser Nebensatz eingeleitet ist, sondern aus der Lesart an sich, also welche Bedeutung hat dieser Nebensatz. Trotzdem ist es hilfreich, und deshalb habe ich es letzten Endes auch hier so aufgeschrieben, sich die Subjunktion anzuschauen. Nehmen wir also mal Verhältnissätze mit temporaler Semantik. Die werden oft eingeleitet mit wenn, als, während, seitdem und so weiter, nachdem, bevor. Und sie lassen sich, das ist auch noch so ein Stück weit als, ja, Nachtrag zur Adiabiale an sich zu verstehen, erfragen beispielsweise mit der Frage wann, oder eben wie oft, wie lange, also Fragen, die nach irgendwelchen zeitlichen Umständen sich erkunden. Das nächste Modal, also das, was wir schon kennengelernt haben, als die Art und Weise, dort haben wir also die Frage wie, oder eben auf welche Art und Weise, und typische Subjunktionen sind in dem, während, wohin, gegen, und so weiter. Dann haben wir die Gruppe der kausalen Verhältnissätze, die also immer einen Grund angeben, und das ist im Wesentlichen weil oder da als einleitende Subjunktion. Konditional, also eine Bedingung, eine Kondition, wenn, da, wenn, falls, sofern, und das lässt sich eben erfragen, ja, unter welcher Bedingung, oder wann. Und da sehen wir, ja, wir haben schon so ein bisschen eine Kollision mit den temporalen Verhältnissätzen, also die Frage wann, und vor allem auch die einleitende Subjunktion, wenn, die taucht da in beiden Fällen auf, und da müssen wir aufpassen, also haben wir es hier bei diesem Nebensatz zu tun, mit einer zeitlichen Lesart, also mit einer temporalen Lesart, ja, wenn Mutti früh zur Arbeit geht, oder haben wir es mit einer, ja, konditionalen, ja, also einer Bedingung vorgebenden Lesart zu tun, also wenn es morgen schneit, dann machen wir eine Schneeballschlacht, beziehungsweise halt, dieses Beispiel muss ich angesichts der aktuellen Umstände zurückziehen, um wir nicht in den Verdacht geraten, zu illegalen Vergesellschaftungen aufzurufen. Wichtig ist also, dass wir uns nicht nur die Subjunktion angucken, sondern im Zweifelsfall eben auch immer die Frage, ja, wie ist denn dieser Nebensatz denn zu verstehen? In anderen Fällen ist das mit der einleitenden Subjunktion aber nicht so schwierig oder nicht so ambig, sodass, ja, oder ohne das, weist eigentlich immer auf eine Konsequenz hin, also auf eine Folge. Die Subjunktion Um, Zu oder Damit weist eigentlich immer auf eine finale Semantik hin, die sich erfragen lässt also mit der Frage, wozu oder zu welchem Ziel. Hier nochmal ein Nachtrag zu diesem Um, Zu. Das verführt dazu, dass wir hier sagen können, naja, wir haben eine Subjunktion, also einen subjunktional eingeleiteten Nebensatz. Beachtung, ich habe vorhin ja diese Reihenfolge, diese Algorithmik, sozusagen versucht ein bisschen zu erklären. Da wir hier den Infinitivpartikel zu haben, haben wir in solchen Nebensätzen, also um spazieren zu gehen, gehe ich nach draußen, darf ich ja auch noch, dort haben wir einen Infinitiv als alleinige Verbform im Nebensatz und das ist sozusagen vorrangig vor der Frage der Einleitung. Also, wenn man sich so irgendwie auswendig merken will, mit um eingeleiteten Nebensätzen sind von der Form her nicht jemand denken könnte, subjunktional Nebensätze, sondern sind tatsächlich satzwertige Infinitivphrasen. Und dann haben wir noch die konzessiven Verhältnissätze, also jene, die einen Gegengrund ausdrücken. Ja, obwohl oder ob schon oder wenn gleich. Das ist nochmal detaillierter zur Frage der Lesarten, der Semantik von Verhältnissätzen. Und nachdem wir das wissen, können wir also wieder eine Beispielanalyse vornehmen. Wir haben diesen Satz ja schon kennengelernt und wir haben auch schon kennengelernt, dass wir hier, und das ist auch für die Nebensatzbestimmung ganz sinnvoll, uns das Prädikat markieren sollten und alles andere, was also irgendwie nicht in den Satzgliedrahmen reinpasst. Und was jetzt noch sinnvoll ist, ist sich überhaupt mal den Hauptsatz zu markieren. Also Hauptsatz, das Ding, wo die finite Verbform an zweiter Stelle steht und von dem diese ganzen Nebensätze in Abhängigkeit bestimmt werden müssen. Also, was ist hier der Hauptsatz? Der Hauptsatz, ja, wie gesagt, hat das finite Verb hat an zweiter Stelle und das, was wir da vorhaben, haben wir schon als ein Satzglied kennengelernt. Demzufolge können wir das tatsächlich bestätigen, dass hier wir es mit einem Kernsatz zu tun haben, wo also der Hauptsatz losgeht bei Nummer 9 und erstmal reicht bis Nummer 15. Achtung, dann müssen wir aber schauen, naja, geht denn der Hauptsatz noch irgendwo weiter? Also, wir haben nämlich hier zwar einen Nebensatz, aber dann haben wir wieder Satzglieder, die zum Hauptsatz gehören, nämlich dieses Mal nicht lediglich mit der Tütensuppe aus der Dose. Dann haben wir wieder Nebensätze. Dann haben wir aber noch natürlich das, was in der rechten Satzklammer steht, dieses Ernährt, was natürlich auch noch zum Hauptsatz gehört. Nachdem wir diesen Hauptsatz bestimmt haben, und da lohnt es sich lieber einmal länger, nochmal hinzugucken, dass man da auch nichts verpasst oder nichts falsch macht, können wir also alle Nebensätze in Abhängigkeit von diesem Hauptsatz uns anschauen und bestimmen. Und die fünf Punkte, zu denen wir da aussagefähig sein müssen, ist natürlich erstmal die Markierung von wo bis wo geht der Nebensatz. Dann, das haben wir kennengelernt, Form, Syntax, Semantik und wie gesagt der Einbettungsgrad. So eine Tabelle wird, wenn ihr danach gefragt werdet, dann wird die Nebensätze zu bestimmen vorgegeben sein. Und diese Kriterien sind also dann im Einzelnen mit Leben zu erfüllen. Und hier lohnt es sich eigentlich immer, nach Kommata zu schauen. Kommata, das funktioniert bei Satzgliedern nicht unbedingt, aber bei Nebensätzen funktioniert das. Kommata markieren immer eine Nebensatzgrenze, Ausnahme, und die haben wir hier auch, Nummer 11 und 12, natürlich in Aufzählung, in sogenannten Akkumulationen gilt das nicht. Also, der liebe gute Weihnachtsmann, das ist natürlich eine Aufzählung mehrerer Attribute und keine Nebensatzkonstruktionen. Ansonsten müssen wir eigentlich außer bei den Kommas immer noch aufpassen, ob wir auf einer Ebene zwei Nebensätze haben, die zum Beispiel mit UN verbunden sind. Die müssten wir auch im Einzelnen bestimmen, das ist hier aber nicht der Fall. Und wenn wir das alles wissen, können wir also erstmal die Nebensätze hier markieren, rein von wo bis wo sie gehen. und das habe ich hier also schon mal vorbereitet. Und dann können wir loslegen. Nebensatz 1, er geht von Nummer 1 bis 3. Und jetzt müssen wir nach unserem Algorithmus also fragen, haben wir hier ein Infinitiv oder ein Partizip, also eine Gewerbform? Achtung, ja, haben wir. Also um, da macht es wahrscheinlich schon Klick, hoffentlich, um zu verhindern, können wir also als eine, satzwertige Infinitivphrase, da ist sie, definieren. Nun müssen wir uns fragen, welche syntaktische Funktion, also welchen Satzgliedwert hat das Ganze? Und das haben wir ja eigentlich vorhin schon festgestellt, wir haben es hier zu tun mit einer Adverbiale, also wir haben einen Adverbialnebensatz. Von der Semantik her ist eine Adverbiale immer ein Verhältnissatz und auch das haben wir vorhin schon gesagt, die Semantik ist eine Finale. Der Einbettungsgrad ist der erste dadurch, dass sich dieser Nebensatz direkt auf den Hauptsatz bezieht. Und damit sind wir mit diesem Satz schon durch und können uns den nächsten anschauen, dass es unterwegs schlapp macht. Erstmal wieder gefragt, haben wir hier einen Infinitiv oder ein Partizip als alleinige Verbform? Das ist nicht der Fall. Ist es eingeleitet? Ja. Nämlich mit der Subjunktion das. Also können wir sagen, wir haben hier einen Subunktionalnebensatz. Ja, welche Funktion hat das Ding? Und jetzt müssen wir natürlich schauen, wozu gehört das. Es geht darum, dieses Verhindern näher zu bestimmen, als die Frage zu beantworten, was soll denn verhindert werden? Also wen wollen wir verhindern? Wen oder was wollen wir verhindern? Ja, also wir könnten hier das Ganze ersetzen durch ein Objekt auf sozusagen parataktischer Ebene, um das Schlappmachen zu verhindern. Also haben wir es hier zu tun mit einem Objektnebensatz. Und zu guter Letzt die Semantik. Objektnebensatz, da wissen wir, das ist ein Inhaltssatz. Einbettungsgrad, ja, ich habe es gerade gesagt, dieser Nebensatz bezieht sich auf den Nebensatz ersten Grades. Ist dem Nebensatz ersten Grades sozusagen noch einmal untergeordnet. Eins plus eins ergibt zwei. Demzufolge haben wir hier einen Nebensatz zweiten Grades. Weiter geht's, ähm, der nächste Nebensatz, den haben wir also identifiziert zwischen 16 und 20, dass da sehr anspruchsvoll ist. Ähm, wir haben jetzt hier, genauso wie in den folgenden Nebensätzen, das schon mal als Spoiler vorangenommen, einen Infinitiv und kein Partizip als alleinige Verbform. Ähm, aber hier haben wir eine Einleitung, nämlich mit dem Relativpronomen. Das, also haben wir einen Pronominalnebensatz. Von der syntaktischen Funktion her, ähm, sind Pronominalnebensätze sehr häufig, aber nicht immer Attributsätze. In dem Fall ist es ein Attributsatz. Hm, ja, wir können also diese Bestimmung des Rentiers auch als Attribut vorsetzen. Ja, das, das sehr anspruchsvolle Rentier. Da dann sehen wir, es ist ein Attribut, es ist kein eigenständiges Satzglied. Es wird hier trotzdem in einen Nebensatz ausgelagert. Von der Semantik her wissen wir auch beim Attributnebensatz, ja, das ist immer ein Relativsatz. Und da das Rentier im Hauptsatz steht und der Nebensatz sich direkt darauf bezieht, haben wir also einen Nebensatz mit 1. Einbettungsgrad. Der nächste Nebensatz, und da sehen wir natürlich hier, ähm, der ist irgendwie zerstückelt. Und, also, äh, Nummer 31 bis 35 und dann 43. Also wir sehen, es kann natürlich innerhalb von Nebensätzen nochmal Nebensätze geben, die diese Nebensätze sozusagen unterbrechen, dann eine, ein Einbettungsgrad, eine Ebene tiefer gehen, äh, dann aber, nachdem sie beendet sind, wieder der Nebensatz eine Ebene drüber fortgesetzt wird. Also in dem Fall der Nebensatz, von der es immer Bauchschmerzen bekommt. Und diesem Nebensatz ist ein weiterer Nebensatz untergeordnet. Der sozusagen diesen Nebensatz unterbricht, aber trotzdem müssen wir diesen Nebensatz natürlich insgesamt bestimmen. Wenn wir das tun, ja, können wir auch wieder die Frage stellen, mit was ist es denn eingeleitet? Ist es denn eingeleitet? Hm? Sieht erstmal nicht so aus. Achtung davon, dass eine, ein Pronomen nicht an erster Stelle steht, nicht sofort abschrecken lassen und sagen, das ist ja ein uneingeleiteter Nebensatz. Es kann natürlich der Fall sein, ähm, dass wir es mit, äh, Satzgliedern zu tun haben, die eine Präposition, ähm, mit sich bringen. Hier nehme ich von und da steht, ähm, das Pronomen an erster Stelle, äh, steht die Präposition an erster Stelle und danach erst das Pronomen. Also, ähm, nicht immer nur nach dem ersten Wort schauen, sondern danach schauen, haben wir in der Einleitung irgendwo ein Relativpronomen. Das kann auch an zweiter Stelle oder mal an dritter Stelle, wenn wir eine zweiteilige Präposition haben, ähm, stehen. Das hier also, ähm, mit dieser Präposition, die an zweiter Stelle steht, äh, mit diesem Pronomen, das an zweiter Stelle steht, Entschuldigung, was sich wiederum bestimmen lässt als Pronomenalnebensatz. Auch hier haben wir es wieder zu tun, ähm, mit einer attributiven Ergänzung, also einem Attributnebensatz. Und demzufolge haben wir es auch hier wieder zu tun mit einem Relativsatz. Und, ähm, da sich die Tütensuppe, die hier näher bestimmt wird, im Hauptsatz befindet, haben wir auch hier wieder einen Relativsatz, einen Nebensatz ersten Gratis. Und haben wir ja gerade schon gesehen, hier ist irgendwas reingeschoben in diesen Nebensatz ersten Gratis, also ein untergeordneter Nebensatz. Ja, und wir haben aber hier wieder eine Einleitung mit dem Pronomen, also haben wir erstmal wieder einen Pronomenalnebensatz. Der ist auch wieder, äh, äh, attributiv, also wir haben wieder eine attributive Funktion, also ein Attributnebensatz und wieder ein Relativsatz. Und wichtig, und das zeigt nochmal dieses Beispiel ganz schön, beim Einbändungskarten müssen wir uns fragen, worauf bezieht der sich? Und dieser, äh, Attributnebensatz bezieht sich also genauer auf die Bauchschmerzen, bestimmt die Bauchschmerzen genauer. Und jetzt müssen wir überlegen, die Bauchschmerzen, aha, die stehen ja im Nebensatz ersten Gratis. Und wenn wir, ähm, innerhalb dieses Nebensatz ersten Gratis was haben, was durch einen weiteren Nebensatz näher bestimmt wird, ist das zum Hauptsatz ein Nebensatz zweiten Gratis. Das heißt, wir haben hier als Einbettungsgrad zwei. Und damit haben wir diesen, ähm, ja, komplexen Satz näher bestimmt. Und, äh, ich habe euch hoffentlich damit ein Stück weit näher gebracht, ähm, wie man, ja, diese Nebensatzbestimmung, äh, angehen kann. Und, äh, was sinnvoll ist dabei, äh, zu beachten, in welcher Reihenfolge man das tun sollte. Damit, ähm, ist sozusagen unser großer Syntaxanteil zu Ende. Wir, ähm, werden das alles natürlich noch ausreichend üben und uns ausreichend angucken, werden Fragen dazu klären, etc. Jetzt aber sozusagen am 24. Dezember möchte ich mich in die Phalanx der, ja, Weihnachtsgrüße und Weihnachtswünsche nicht übermäßig lang einreihen. Ich wünsche euch ein schönes, ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest in dem Rahmen, in dem ihr es feiern könnt und dürft. Ich wünsche euch vor allem Gesundheit und ich wünsche euch, ähm, einen, ja, guten, ruhigen Rutsch ins neue Jahr. Und schon mal vorab dafür alles Gute. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der ersten Sitzung im nächsten Jahr gesund und munter wieder. Und werden dann zum Thema Syntax sprechen. Wer jetzt immer noch nicht genug hat, für den werde ich auch noch, wie schon vorhin angekündigt, ein kurzes Video machen zur Frage Adverb oder Adverbiale. Das nochmal zurückgreifend auf den Bereich der Morphologie auch, also der Wortartenbestimmung. Ansonsten, wie gesagt, lasst auch mal am Weihnachtsabend die konzessive Adverbiale eine konzessive Adverbiale sein und genießt die ruhigen Tage. Und ich verabschiede mich damit bei den meisten sicherlich für dieses Jahr.